Akuna Matata 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 Bist du einmal traurig und die Welt sieht düster aus Healle zusammen Hakuna Matata Ii Kramel im Gedächtnis, wie ging der da nochmal? Und holt diesen Spruch heraus, ihr kennt ihn ja, ne? Hakuna Matata Ii Hakuna Matata, 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 Hakuna Matata Ii Das ist dunkel worden in Afrika. Stellt euch mal vor, da hat Oma mir immer Geschichten, ja? Seh! Erzählen euch eure Omas auch Geschichten? Nein. Ja, aber vorlesen, oder? Na seht ihr, das ist doch gleich. Und meine Oma hat mir diese Geschichte erzählt. Stellt euch mal vor, und ich hab mir noch was dabei gedacht. Und so ist diese Geschichte entstanden. Und damit ich die Geschichte erzähle, mach ich das so. Ich ruf euch mal zu und krieg! Das heißt eine Geschichte. Und alle Antworten, wie im Ellbogen von oben nach unten, das macht ja, und krack! Schaut sie das? Alle zusammen? Ja, Arm hoch. Ja, dann hoch. Und Faust. Ja, mit gefallter Faust hier. Und krack! Das war gut. Das heißt eine Geschichte. Und ihr antwortet so mit? Ja. Das muss die Geschichte klacken. Ja. Weiß man, was man da drin hat. Und Achtung, seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Das war gut. Das war richtig. Und jetzt, und krieg! Und? Und krieg! Und krieg! Krieg! Das war gut. Tuki, fuki, 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 fuki. Tuki, fuki, 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 fuki. Jetzt Achtung! Luki, suki, nuki, tuki, fuki, fuki, gudi. Okay, das machen wir jetzt mal mit ein bisschen Trommeln. F Benjamin, Achtung. Eins, zwei, drei, und. Tuki, fuki, 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 qui, fuki, fuki, fu pi, fuki, fuki der Zwinger schüttelnd. Nuki, suki, ju-ki, tu-ki. Ich bin der Mann, der ich bin der Mann, der ich bin der Mann. Musik Warte mal, die einen hoch, mal so ein bisschen laufen, genau, einmal so, guck mal, dann rief der Eimer mit mir mit, dann kriegen wir das schon hin, die Tiere haben es ja auch geschafft. Und dann kommen wir das schon hin. Es gibt einen Baum in Afrika und der ist wohl bekannt und seine Früchte schmecken nicht nur einem Elefant. Sie sehen wirklich lecker aus und schmecken auch sehr süß und alle, die sie essen, fühlen sich wie im Paradies. Und dann singen Sie, bitte, wir machen es. Und dann singen Sie, bitte, wir machen es. Und dann singen Sie, bitte, wir machen es. Und dann singen Sie. Und dann singen Sie. Und dann singen Sie, bitte, wir machen es. Und dann singen Sie. Und dann singen Sie, bitte, wir machen es.